Lass uns lieber überlegen, wie wir da reinkommen, ey. Was ist denn das da oben eigentlich? Hör mal auf. Was ist denn das da oben? Das ist das. Das oder das. Ja, ich weiß schon was. Keine Ahnung. Und was bringt uns die Decke? Die bringt uns doch nichts. Warum müssen die so... So... Dings halt. Ja, jetzt ist es auf und drückt genau gar nichts. Ja, ist einfach viel... Man ist viel zu langsam in den Funtanach. Das bringt doch auch nichts. Ich weiß nicht getroffen. Ich komm nicht drauf, wie das funktionieren soll. Ich check's einfach nicht. Oh, schon zu. Ähm... Ja, nee, das Rote da geht auch nicht. Das ist... Das ist, äh... Hm... Müssen wir wirklich nichts mit dem anderen Raum? Ich denke nicht, der einzige Grund, den man... Oder was man damit erreichen könnte, wäre, ähm... Da durchfliegen. Aber das bringt ja auch nichts. Wirklich. Kannst man glauben. Und dieser scheiß... Immer noch nicht dieser scheiß Schlauch? Schlauch? Ja, halt der Schlauch. Nee, der bringt doch nichts. Nee, der bringt tatsächlich nichts. Boah... Wie zur Hölle kommen wir da? Verdammt nochmals eh. Nein, scheiße. Da hat's auch kein... Es hat auch gegenüber von dem Scheiß-Dings nichts, was helfen könnte. Ja, aber auch scheiße. Es ist eigentlich klar, eines muss ja hierhin. Hier, die waren's auch okay. Hm. Hier ist echt voll radlos. Total. Hm. Siehst du denn, Laser? Ja, ja. Ja, aber mit dem kannst du auch nichts machen, oder? Nicht mit dem... Äh, wenn du das Portal da hast. Aber sonst auch nicht. Fuck, ey. Doch nicht. Wobei, vielleicht... ...macht der ja noch was anderes, der Laser. Ah, nee, der... Ich geh nur hierhin. Ja, komm. Ich teste es trotzdem mal aus. Besser als nichts tun. Passiert irgendwas? Wer ist damit? Hä, was? Passiert irgendwas? Nein, das ist kein Portal mehr hier. Ja, ja, ich weiß schon, aber ich hab das von vorhin. Nein, es passiert nichts. Ach, scheiße. Das ist doch zum Kotzen. Sterbe ich, wenn ich einen Laterstrahl stehe? Ja, irgendwann schon. Echt, aber es dauert ziemlich lange. Kann man nicht irgendwie die Gravitation umkehren? Das wäre auch geil. Das würde dann gehen. Ja, das... Ich weiß nicht, was wir machen sollen jetzt. Wir kommen da echt nicht weiter. Ich bin nicht zu weit. Ich versuch's nochmals. Nein, ich stehe hier drauf. So eine Scheiße aber auch. Ja, fuck ey. Wie ist das denn möglich? Das ist... Un... Möglich. Das ist nicht machbar. Ich sag's dir, das ist echt nicht machbar. Man kann doch nicht so schön von der Seite touchieren. Oder sowas. Oh, fuck. Wo... Warte. Okay, das ist zu crazy. Ich mag's lieber so. Komm schon! Komm schon! Nein! Nein! Hast du das gesehen? Nein. Schau mal. Moment. Ja, nee, du gehst es nicht im Wiki schauen oder sowas. Nein, nein, nein. Ich hatte nur irgendwie einen Tastik-Tourbelägerungen geschaut. Jetzt schau mal, wie knapp es ist. Es funktioniert fast. Ach, nur vielleicht brauche ich zwei, drei Versuche. Ja, scheiße. Nicht ganz gereicht. Ja, nee, Achtung. Achtung, jetzt aber. Nein! Ich geh ein bisschen zu früh nach links. So, nochmal. Bleib vor der Tür stehen. Nein! Warum geh ich denn zu früh nach links? Das gibt's nicht. Haha. Das ist relativ schwer. Ich geh immer zu früh nach links. Jedes Mal, verdammte Scheiße. Jedes verdammte Mal geh ich zu früh nach links. Jetzt hab ich zu wenig Gas gegeben. Das gibt's nicht je. So. Mit Anlauf. Und zu weit. Verdammt, jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Aber ich glaub nicht, dass es der Sinn der Sache ist, was ich hier mache. Ich glaub's auch nicht. Jetzt los! Nein! Es geht genau nicht. Es geht genau nicht. Okay, komm wieder raus. Thomas saugst du ein komisches Büro. Ach, egal. Flieg! Ja, denkst du, es ist was mit dem Büro? Nee. Es ist doch so knapp. Mach mal hier ein oranges Portal hin, bitte. Und hier ein rotes. Hier. Ja, da könnte funktion... Okay, ich probier's doch mal. Denke nicht, dass das klappt. Ja, ich auch nicht. Ich kann's versuchen. Du kannst versuchen. Schaffen wir's nicht. Ja, okay. Ja, ich... Ich weiß. Ja, dann überlegt in der Zeit was anderes. Ja, ich hab mir schon alles, was mir einfallen könnte, überlegt. Ja, dann überleg was, was dir nicht einfallen könnte. Siehst du das nicht? Mit dem Büro zum Beispiel. Das ist kein Zufall, sag ich dir. Das ist kein Zufall. Ja, jetzt bist du da oben. Kann man das unterbrechen oder sowas? Nein. Nee, kann man nicht. Ach, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht was. Oh, ey. Entschuldigung. Ich komm nicht drauf. Ich komm einfach nicht drauf, ey. Nervoll. Ja, und jetzt? Nichts. Was denn noch mal? Oh, halt auf, halt auf. So. Das hat jetzt das erste Mal geruckelt bei Portal. Okay. Nein. Das gibt's nicht. Ich weiß, ich komm nicht weiter. Ich komm nicht drauf, was es ist. Boah, es ist gerade übelst am Ruckeln. Ich steh mal kurz hier rum einfach. Vielleicht hörst du ihn wieder auf. Ja, das ist aber scheiße. Wahrscheinlich, weil wir zu doof sind. Komm, das gibt's doch nicht. Wir müssen da nachschauen, sonst sind wir ewig in dem Raum. Ja, ich bin gerade dran. Okay, du schaust nach. Ich versuche hier doch noch. Aha. Erstens losschiessen. Zweitens gezielt landen. Ja. Da kann man aber nicht ganz gezielt landen. Verdammt, nochmal. Erstens gezielt losschiessen. Äh. 2.7. Ja, das war 2.7. Ja, da hängt es. Ich glaube, die letzte Challenge. Und. Juhu. Komplett-Lösung. Ich schaff das. Boah, das ist schon traurig, dass wir den Komplett-Lösungen nachschauen müssen. Vor allem jetzt. Ja. Aber hier, ich komm nicht drauf. Kapitel 2. Ja, das sind wir. Äh, erstens. Zweitens. Äh, Moment mal. Das ist schon verrückt. What the fuck. Das ist verrückt. War das nichts? Hä? Egal, ich kann hier die Komplett-Lösung nicht. Ah, fuck. Ich dachte gerade, ich hätte vielleicht eine Idee. Du hast nie Ideen. Nein. Schon ab und zu. Ähm. Okay, okay. Das allerletzte probiere ich jetzt hier mit dem Laser. Ich versuche da mal das Glas irgendwie einzuschießen oder so. Siehst du das? Ah, nee, das ist das natürlich nichts. Ich sehe immer noch. Ich bin auf dem Handy. Kann ich hier irgendwie das Glas erreichen mit dem Laser-Dings? Oder gar nicht? Nein, gar nicht. Echt? Außer... So auch nicht? Andere Richtung, wenn schon. Okay. So? Äh, viel weiter rechts müsstest du. Fuck, okay. Ich kann natürlich das Portal hier, äh, näher dran machen. Äh, Moment, das kann ich nicht. Ich kann das. Ja. Du, meinst du? Ja. Dann mache ich mal den Würfel. Wobei, warte mal, warte, warte, warte mal. Ciao. Da, 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 da. Ja, okay, mach du mal. Wenn der Laserstrahl jetzt da rauskommt und dann... Ja, das wird... So? Nein, es reicht nicht. Du musst weiter rüberkommen. Ich kann noch weiter rechts. Aber ich mache jetzt mal das Portal. Warte mal. Versuch's nochmal. Ja, mach doch. Jetzt musst du das Rote auch irgendwo hinmachen. Jetzt gehe ich mir weiter links. Ja, okay. Außer... Was man sich... Ja, jetzt warte mal. Wenn der Laserstrahl da rauskommt... Vielleicht... Dann könnte ich doch machen, dass der... Vielleicht... Ich da reinhau. Ah, vielleicht... So. Warte mal, ich was... Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal in mein Portal rein. Nach... Nach... Oben? Ist es oben? Okay, schau mal, wie es aussieht. Ich gehe zurück. Ich habe die Tab-Ansicht. Okay. Okay. Aha. Tja. So wie es gibt... Auch keine Gegenüberliegende... Ich schaue da mal weiter. Es gibt keine Verdammten gegenüberliegenden Dingsfunde. Ja, okay, ich schaue im Wiki nach. Es hat keinen Gegenüberliegenden zu dem Fenster und auch nichts zu dem Fenster. Ja, diese müssen... Müsst ihr den Licht... Äh, letzter zunächst unterbrechen, damit die Aufzugsplattformen rum... Kommt, lasst euch mit bla bla bla. Ja, ja, das wisst ihr. Ja, komm weiter. Wenn ihr nach oben gefahren seid, holt euch die Kiste nach oben, indem ihr den gelben Durchgang unter der Kiste öffnet. Moment, 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 nochmals, äh, lasst euch nicht von GLaDOS... Lasst euch von GLaDOS nicht veräppeln und versucht mit allen Herzwürfeln, das rote Licht zu blockieren. Beim Dritten, der von der Decke fällt, sollte es endlich klappen. Geht auf die Plattform, dreht euch um und setzt das eine Portal an die Wand, das andere unter die Herzkiste. What the fuck? Ist das überhaupt... Das ist gar nicht die Challenge. Singleplayer und Coop-Modus. Das ist nicht die Challenge. Habe ich langsam auch das Gefühl. Unter die Dings hier, das müsste hier sein, aber da kannst du auch gar nichts machen. Das ist nicht die. Ich schaue nochmals, vielleicht war das Singleplayer-Auswahl. Und auch den Lichtschalter unterbrechen, wir müssen ja nicht unterbrechen. Damit die Platte von der Rutschenfeld hat eben schon gepasst. Ja. Ach hier, ja, sorry, sorry, tut mir leid. Coop-Testschrecke 2, nehmen wir mal Teil 2. Nee, Karls, also, ja, aber 7 sind wir. Ja, aber 5, okay, das ist nur der 5 und 6, 7 ist dann beim nächsten. Ja, verdammte Scheiße nochmals, das gibt's doch nicht, dass wir uns von dem Wiki helfen lassen müssen. Nein, nicht das Wiki. Ja, sonst was. Und GAMON, ATE, ich mache hier gleich mal schön Werbung dafür. Wer, von wem ist das denn? GAMONA? Ja. Das ist eine Seite von keine Ahnung wem. Das ist eine halt Gaming-Seite. Von dort hatte ich die Demo-Version für die letzten Demos. Achso, nicht von Steam. Ich dachte, du hast sie von Steam. Nein. Hä, ich dachte, ich hätte den Link angeklickt. Wow, ich kann um die Ecke springen. Also jetzt, hier müsst ihr wieder mit Timer arbeiten. Setzt euch jeweils ein Portal zeitlich auf die Zielpunkte und die anderen etwas höher als die Mitte gegenüber kurz knüpfen und lasst euch bei Go dagegen schleudern.